Ich erzähl euch die Geschichte von einer, die ihr kennt Sie liegt in der Glotze auf weißem Pergament Sie ist orange und größer als ein kleiner Elefant Und schon das ganz allein macht die Sache interessant Habt ihr sie erkannt? Wisst ihr, wen ich meine? Lang ist die Nase und kurz sind die Beine Sie ist ein Star, sie hat den Bogen raus Meine Damen und Herren, hier kommt die Maus! Sie weiß Bescheid, die Maus, die kleine süße Maus Wie kommt der Saft in die Tüte und wie kommt der wieder raus? Warum hat der Käse Löcher und der Käsekuchen nicht? Und warum brennt auch nachts im Kühlschrank das Licht? Wie kommt die Wurst in die Pelle und wo kommt die Pelle her? Und warum mag die kleine Maus den Elefanten so sehr? Die Antwort bekommst du direkt zu dir nach Haus Mach die Glotze an, denn hier kommt die Maus! Wie kommt die Maus! Wie kommt die Maus? Ich hab dich mal, ich hab dich mal Ich hab dich mal, ich hab dich mal